So meine Lieben, ich wollte mich nochmal bedanken bei Rewe, ich durfte nämlich Eiscreme testen und ja, jeder kann da mitmachen, auf gut Glück, bei mir hat es geklappt, also fangen wir mal an, danke nochmal. Wie schon erwähnt handelt es sich diesmal um Eis, aber es gibt auch andere Produkte, die ab und an angezeigt werden, wo man sich darauf bewärmen kann. So, in dem Video wollte ich euch das zeigen, hier, deine, also unsere Meinung zählt, da fordert Rewe auf, dass wir als Produkttester-Community loslegen können, also zuallererst anmelden und dann halt, wie schon erwähnt, bei den jeweiligen Produkten einfach bewärmen. Per E-Mail werden wir dementsprechend benachrichtigt und kriegen dann einen Code, also einen Strichcode und den werden wir dann in der Kasse mit dem jeweiligen Produkt einlösen. Und dann werden wir das Produkt ganz einfach bewerten und zusätzlich können wir sogar an einem Gewinnspiel teilnehmen. So, wie ihr schon richtig erkennen konntet, habe ich mich für dieses Produkt entschieden, also Eiscreme mit, also Cookie-Geschmack, also es ist auf jeden Fall veganes Bourbon-Vanille-Eis mit Hafer-Sirup. Also, ja, ich habe es jetzt gerade wieder aus dem Eisfach geholt, also es ist schon ziemlich weich und da gibt es halt noch zwei andere, also zwei weitere Sorten, aber ich mag Cookies, so gerade aufgemacht. Ja, man riecht auf jeden Fall die Vanille, ja, und also wie gesagt, gerade aus dem Eisfach und man kann gleich losschlemmen. Also, das schmeckt echt super, ja, wie gesagt, das ist sehr süß, angenehm süß und ja, kurz und schmerzlos halt, ne. Also, wie gesagt, ihr könnt euch gerne als Produkttester bei REWE anmelden, den Link werde ich euch natürlich in der Infobox reinsetzen. Es gibt auch andere Produkte, die ihr da testen könnt, auf gut Glück und ich fand die Sache einfach cool, ich wollte sie auf jeden Fall mit euch teilen und ja, bis zum nächsten Mal.